Wie es ihm einfach egal ist, der guckt seine Kollegen an, der da tot mit dem Messer im Rücken liegt und denkt sich, ja, das war eh ein Idiot. Oh Mann. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Weiterspielen, dem Format, in dem ich euch Spiele vorstelle und euch und mich frage, ob ich diese weiterspielen soll. Heute schauen wir uns an Fregato, Shadow of the Caribbean. Und das wird auf Steam beschrieben folgendermaßen. Fregato, Shadow of the Caribbean ist ein herausforderndes Echtzeit-Taktik-Steel-Spiel, das im faszinierenden Reich der Piraten spielt. Übernehmen sie das Kommando über eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft von Seeräubern und schlagen sie die britische Royal Navy. Es ist noch nicht draußen, kommt erst draus. Zweites Quartal, 23, Entwickler Market Games und Publisher Free Mind SA. Deswegen gibt es auch noch keine Nutzer-Reviews, es gibt noch keine Rezensionen und auch noch keinen Preis. Gut, ich würde sagen, ohne Umschweife schauen wir erstmal rein ins Spiel. Vielleicht finde ich noch einen Trailer, den ich reinschneiden kann. Ansonsten, bis gleich im Spiel. Let's hope we get out of here in one piece. Be quiet. Oh, what is there? What's that? I never grits. Oh, 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 oh. Was ist das? Ich hatte vor, dieses Yeti, da habe ich quasi so reingesprochen und jetzt spreche ich so rein. Das ist ein bisschen anders. Klang wird auch anders sein. Ich habe eine Formel 1 Manager Session aufgenommen bislang, aber ansonsten ist es noch komplett jungfräulich, das Mikrofon. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das klingt. Grund einfach, weil mein Yeti defekt gegangen ist und ich da jetzt ein neues brauchte und mir dann gedacht habe, Simon nutzt das auch, liebe Grüße, dann probiere ich das auch mal. Okay, also, wir schauen uns mal die Optionen an. Vaster Volume etc. Camera Rotation Speed auf 1. Okay, da machen wir mal ein bisschen mehr vielleicht. Die Auflösung ist ein bisschen seltsam. 640x480, aber ich glaube dem nicht. Also, da stehen irgendwelche anderen Dinge drinnen, als es dann im Endeffekt ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen verpackt. Es gibt auch nur Englisch und Chinesisch, tippe ich jetzt einfach mal. Genau, Texturqualität und sonst gehen wir da mal raus und starten einfach ein neues Spiel. Endlich. Home sweet home. Time for a well-earned rest. Hey, you looking for a job? Thank you, I'm not interested. There is quite a bit of gold on the line. But maybe I can spare a minute or two and listen. Der Mute-Button ist dann auch sehr versteckt. Da muss ich noch ein bisschen herumdoktern. Hatte ich schon bei Formel 1 Manager herausgefunden. Dass es ein bisschen leicht, wie sagt man da einmal, leichtgängig ist. Mit dem Muten. Nun ja, und jetzt werden wir hier rausgeschmissen. Und das Spiel ist auch ein Safe-Spiel. Wenn ihr zum Beispiel Hitman kennt, so ähnlich in die Richtung geht auch dieses Spiel. Nur, dass es aus der Third-Person-Perspektive ist. Vergleichbar mit zum Beispiel Desperados. Es nimmt sich auch schon ganz gute Anleihen an Desperados, an dem dritten Teil. Aber das mit gutem Recht, muss ich sagen, weil Desperados 3 ist eines der besten Spiele, die ich bislang gespielt habe. Ich habe es nicht auf dem Kanal her gezeigt. Ich habe mir überlegt, ob ich ein Weiterspiel machen soll. Ich würde da aber kein Playthrough machen, weil ihr werdet es auch hier merken. Das lebt von Trial and Error, dieses Spiel. Und es kann sehr schnell passieren, dass man da daneben liegt. Und dass man es wirklich gut, fein tweaken muss, irgendeine Operation. Und das fühlt sich gerade bei Desperados mega rewarding an, weil da so viel Feinschliff drinnen ist, dass sich das wirklich anfühlt, als würde man gerade, was weiß ich, irgendwie eine Gehirnchirurg sein. Oder was weiß ich, ein FBI-Agent, der irgendwo durchsneakt. So ähnlich rewarding muss sich das auch anfühlen, wenn man da erfolgreich was abschließt. Weil es ist echt nice. Und ich bin schon mal sehr gespannt, wie es bei Fregato läuft. Vielen Dank an den Entwickler slash Publisher, dass ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe. Aber ihr seht schon, ich prahle erst mal davon, wie toll das Konkurrenzprodukt ist. Also da merkt ihr natürlich davon, dass ich kein Geld bekomme für das Video. Oh, man kann weit rauszummen. Oha. Oh, nice. Okay. Cool, cool, cool. Schön, schön, schön. Also raus reinzummen. Genau, ich kriege kein Geld für das Video. Aber natürlich ist es sehr gerne gesehen, wenn man da Content abliefert. Und das mache ich dann auch gerne, weil wenn mir jemand schon ein Spiel schenkt, dann möchte ich da auch ein bisschen was zurückgeben. So, wir haben hier jetzt einen britischen Soldat. Wenn wir den mit der rechten Maustaste anklicken, sehen wir dem seinen Radius. Er guckt in diesen grünen Kegel und der ist extrem grün. Da hat er quasi klare Sicht und alles andere. Hier rüber zum Beispiel, da wird es dann schon ein bisschen unklar. Da denkt er sich, täusche ich mich oder war da jetzt jemand? Und weiß es halt nicht genau. Auch sehr cool mit der linken Maustaste. Die braucht man nicht mehr drücken, sondern man kann die Maus einfach irgendwo hinschieben und sieht gleich, was dort abläuft. Das ist ganz angenehm, dass man nicht immer die Maustaste halten muss. Okay. Und jetzt muss man den irgendwie rausnehmen, außen leben. Wir haben dazu zwei Leute. Einmal so ein Piratenmädchen, würde ich jetzt mal sagen. Sieht eher weiblich aus. Und dann haben wir noch ihn hier. Er ist männlich, würde ich mal sagen. Hat so einen Rucksack und schleppt da irgendwie die ganze tolle Ausrüstung mit. Der hat andere Fähigkeiten, als das Mädchen hat. Wir können uns da hinhockern und quasi so ein bisschen unentdeckter bleiben. Dann haben wir Q, W und E als Fähigkeiten. E ist so ein Papagei, den können wir losschicken. Ein Federvieh und das macht lauter. Das werden wir gleich mal austesten. Da gibt es einen bestimmten Radius. Und dann schickt man einfach mal das Federvieh da hin. Das sollte jetzt den Soldaten ablenken. Genau. Und in der Zeit können wir den Außenleben nehmen. Dann nehmen wir das, unser Mitbringsel mit. Und legen es mal irgendwo hin. Legen wir mal, was weiß ich, da ab. Bei Desperados kennt man das zum Beispiel oder auch Hitman, dass man die dann in so einen Dampel legen kann. Dann zum Beispiel also in irgendeinen Mistkübel oder in irgendein Überbord schmeißen oder sowas. Habe ich da jetzt noch nicht entdeckt. Mal schauen, ob es das da noch gibt. Die Blutspritzer, die da gerade noch waren, die sind entfernt worden. Das ist auch nicht verkehrt. Das heißt, da sollte jetzt nichts mehr darauf hinweisen, dass da mal jemand war. Bis auf das halt, sich die vielleicht unterhalten und sich nicht wundern, dass plötzlich ihr Kollege nicht mehr mit ihnen redet. Aber hey, Dinge passieren. Okay, da haben wir Soldaten, drei Soldaten, die sich gegenseitig ganz gut covern und ganz gut im Blick haben. Da bin ich schon mal gespannt, wie das ablaufen wird. Und dann drehen wir mal die Maus so ein bisschen. Da sehen wir dann, dass wir hier einen Soldaten haben und hier einen Soldaten. Das heißt, wir sollten den hier am ehesten rausnehmen. Die Patrouille. Patrouille haben so die Angewohnheit, ordentlich am Sack zu gehen und ordentlich zu nerven. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil ich muss ja... Ich muss... Ich darf den nicht hier gehen, ansonsten sitzt der Kollege. Das heißt, ich sollte hier relativ schnell raus sneaken. Das war ein Fail. So sollte ich es natürlich nicht machen. Ja, und das ist auch so ein Grund, warum ich da kein Let's Play gemacht habe bei Desperados zum Beispiel. Einfach weil es so viel Trial and Error ist bei so einer Art von Spiel. Und das auch irgendwie ganz nett ist, wenn man das gechillt spielt. Und... Ähm... Einfach... Da ohne Stress spielt. So, okay. Mhm, 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 mhm. Das ist die W-Taste. Fuck! Na! Ja! Ja! Ich habe ein Achievement bekommen. Für was auch immer sogar zwei Achievements. Geil. Für das, dass es schiefgegangen ist oder was? Okay. Das war aber nicht schlecht, ne? Das muss ich auch sagen. Hätte schlimmer sein können. Na ja. Ich sage mal interessant, dass dem nicht auffällt, dass da sein Kollege liegt. Und, ähm, auch interessant, dass da jetzt unser Messer liegt. Das brauchen wir ja eigentlich. Ich weiß... Ich speichere das als einen zweiten Safe. Weil gut möglich, dass das jetzt nach hinten losgehen kann. Ich werde mich da mal versuchen, ranzusneaken. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das lass mal. So machen wir das nicht. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Du siehst mich nicht. Gut, dass der dumm ist. Haben wir noch mal Glück gehabt. Alles klar. Okay, nice. So, wir speichern das Ganze. Habe ich es gespeichert? Das ging so schnell. Okay. Also, da drüben ist keiner, der uns ansieht. Ja, das ist ja perfekt. Bamstie. Easy. Absolut easy. So kann es doch weitergehen. Zack, durchgespielt. Meisterhommer, den zweiten Kollegen auch weg. Was ist denn das hier? Ach, kann man da Leute beseitigen? Kann man die da reinschmeißen? Ich probiere es einfach mal. Mit dem britischen Soldat, ob man den da in dem Fass verstecken kann. Das wäre ein bisschen lustig, dass man den Soldaten da reinkriegt. Aber ich wüsste auch nicht, wofür das Fass sonst da ist. Das hat schon mal gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die dann ihre Patrouille verlassen zum Beispiel, wenn sie irgendwie auf was aufmerksam werden, aber es nicht beziffern können und sich dann denken, okay, Moment, wo ist denn der Kollege? Kann durchaus sein. Und dementsprechend ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn ich mal die Leichen entsorge. Auch da weiß ich nicht, ist das dann für ein Let's Play interessant genug, wenn man da jetzt mal drei Minuten auf der Karte nur rumschleicht und Dinge auskundschaftet und Dinge ausprobiert, Leichen beseitigt und sowas. Weiß ich nicht. Aber für ein Weiterspielen ist das halt ganz cool. Einfach um euch mal so einen Einblick zu geben in diese Art von Spielen. Okay, also. Wir haben drei Kollegen. Eher so ein bisschen abseits. Das könnte man ausnutzen, indem ich versuche hinten herum zu schleichen. Es scheint ja auch keiner da zu sein, der das irgendwie verhindert. Aber ich werde mal speichern. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Ähm, save natürlich. Und dann versuche ich mich da einfach hinten herum ran zu sneaken. Und das Feld so ein bisschen von hinten aufzuzäumen. Genau. Er sieht mich nicht mehr. Der Kollege sieht mich auch gerade so nicht. Dann zücken wir doch mal unseren Dolch und richten Magie an. Sehr schön. Gut, 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 gut. Frage ist, wohin mit dem Kadaver. Ich werde ihn vielleicht mal da so ablegen. Da kommen weitere Kollegen. Aber es guckt keiner jetzt in diese Richtung. Ist da eine Kollege da. Er hier. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Also wenn ich schon da bin, könnte ich den auch noch schnell mitnehmen. Auf dem Papier sieht das jetzt mal ziemlich safe aus. Also da dürfte doch gar nichts passieren. Der hat doch gar keine Chance gegen mich. Frist durch. Ja, easy. Easy. Easy Play Flu ohne Probleme. Vielleicht sollte ich doch ein Let's Play davon machen. Gott spielt dieses Spiel durch. So, zack. Okay, alles klar. Also ihr beiden guckt es euch an. Das ist ein bisschen blöd, das vom Timing her zu kriegen. Die Frage ist, muss ich alle töten? Das war zum Beispiel bei Desperados auch so die Sache. Man kann das Ganze auch sneaky spielen. Und das ist noch schwerer, wenn man halt niemanden töten darf. Oder wenn man maximal so zwei Leute töten darf. Es ist halt echt tricky, sich da so durchzusneaken. Aber auch alle töten kann tricky sein. Okay, da die Schattenberechnung. Die klippt noch ein bisschen. Das sieht noch ein bisschen schwammig aus. Aber das Spiel ist ja noch nicht released. Also alles cool. Sehen wir die Quest hier? Wir haben hier nämlich so ein Quest-Symbol. Aber ich kann da nicht draufklicken. Bin ich ein bisschen schade. Da ist ein Stern. Ach, stunnen kann man Leute auch. Okay. Und den zweiten ignoriere ich gerade noch völlig. Da weiß ich noch nicht, was der kann. Oh, was ist denn das hier? Was ist das für ein Bereich? Was ist das rote für ein Bereich? Wieso waren das vorher nicht da? Oh, 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 oh. Ah, okay. Aha. Ich weiß nicht, was genau das bedeutet. Aber man kann mit... Man kann auf dieses... Auf die Scroll klicken. Und dann sieht man da plötzlich einen Bereich rot eingefärbt. Auf den Soldaten drüber. Habert. Vielleicht muss man das clearen. Könnte durchaus sein. Werde ich eh auf jeden Fall machen. Jetzt versuchen, die beiden rauszunehmen. So, es geht sich gerade so aus. Dann werfen wir doch mal unser Messerchen. Dankeschön. Ah, und das wäre jetzt eigentlich ideal für Kollegen zwei, da hinten hervorzukommen und seinerseits Dinge zu tun. Der kann den jetzt nämlich easy backstabben. Ja, cool. Sehr schön. Left-Klick und den wegschmeißen. Ja, cool. Das hat gut funktioniert. Großer Vorteil zu zweit, weil ein Problem wäre ja jetzt gewesen, dass das Messer in dem einen steckt und das könnte ich aktuell dann nicht verwenden und dementsprechend hätte ich da Probleme, den zu beseitigen und das Messer mir zu holen. Jetzt werde ich mal wieder so ein bisschen aufräumen hier. Ich kann dazu ruhig gehen. Sollte kein Problem darstellen. Kann, glaube ich, sogar laufen. Sollte auch okay sein. Und dann nehmen wir noch den zweiten. Der nimmt auch die Leiche auf. Auch da müssen sie vielleicht nochmal dran arbeiten. Der hat gerade ins Leere geklickt. Und schmeißt den jetzt mal weg. Passt. Da kommen wir nicht durch. Da scheinen wir gerade alles erledigt zu haben. Sehr cool. Du gehst schon mal in Deckung. Und der zweite Kollege kommt jetzt auch nach. Wird sich da hinbewegen. Und begibt sich auch mal in Deckung. So. Dann positionieren wir uns die Kamera so wie wir es brauchen. Und werden mal vorrücken. Stellen wir uns mal da her. Mit beiden. Das kann schon mal so falsch nicht sein. Und dann werde ich das Ganze speichern. Und da wird es jetzt sehr spannend. Es sind jetzt einige Leute. Vier Typen, die ich aktuell sehe. Da hinten haben wir auch noch einen fünften. Muss ich schauen, wer von denen ohne Deckung ist. Vielleicht geht es da sogar noch weiter. Vielleicht ist da noch irgendjemand. Ne, so weit mal nicht. Okay, cool. Okay, okay. Also. Wir speichern das Ganze. Das ist immens wichtig. Ich glaube, es gibt sogar Achievements für einfach nicht speichern und einfach auf einem Pfad durchmarschieren, ohne irgendwann zu speichern. Naja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, das ist für mich keine so gute Idee. Okay. Boah, der hat einen riesen Radius. Ei, 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 ei. Ich würde den gerne lieber rausnehmen, weil er leichter rauszunehmen ist. Aber dann habe ich wieder kein Messer für den anderen. für die Garde hier. Soll der überhaupt hierher gucken? Das ist vielleicht auch nicht gut, wenn der da her guckt. Ich probiere einfach was. Da hat er mich nicht entdeckt. Da entdeckt er mich nicht. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut funktioniert. Danke. Oha. Oha. Das hat funktioniert. Verrückt. Okay, krass. Okay. Speichern. Definitiv speichern. Jetzt bist du fällig. Jetzt bist du fällig, Soldatenkollege. Mal speichern. So. Dankeschön. Bitte, hier. Hier, wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel durchspielen geht, einfach dranbleiben. So. Ja, du, Kollege. Du hast jetzt niemanden mehr, der auf deinen Rücken acht gibt. Sollte nur nicht unbedingt direkt durchlaufen. So. Tschüssi. Nice. Nice. So. Auch ganz cool, dass da oben steht, wann zuletzt gespeichert wurde. Sehr clevere Mechanik. Kann man nämlich echt schnell vergessen. So. Gut, da ist theoretisch keiner mehr, bis auf den Dude und den kümmert das gerade nicht so extrem. Speichern wir auf jeden Fall. Dann machen wir es einfach so, dass wir unseren Freunde-Papagei losschicken. Den freundlichen Papagei von nebenan. Hallo? Hallo? Kuh? Hat er Kiel? Bitte? Hohohohohohohoho. Okay. Das war knapp, kurzen Moment ich mache mal eben einen kurzen Aufnahmestopp, ist für meine Grafikkarte. Wer schon länger auf dem Kanal dabei ist, der weiß, dass ich eine tolle AMD Grafikkarte habe, die gerne mal Bock hat, Greenscreens rauszuhauen. Und das wäre dann blöd, wenn dann alles weg wäre von der Aufnahme. Haben wir jetzt doch schon eine halbe Stunde auf der Uhr circa. Allein Gameplay. Oha, da kann man durchlaufen. Sollte das so sein? Wahrscheinlich nicht. Aber auch hier, natürlich, da muss ich mich wiederholen. Es ist Early Access. Es ist nicht mal noch released. Also alles cool. Also alles cool. So, also wen haben wir da? Wir haben hier einen Dude, der rumsteht. Einen, der spazieren geht. Da haben wir noch eine Patrouille. Da haben wir noch einen, der rumsteht. Sehe ich jetzt mal ad hoc vier Leute. Und irgendwas passiert da beim Wasser, aber das sind nur die Wellen. Würde ich mal tippen. Okay, der kommt ziemlich nahe ran. Diese Patrouille. Und der lauft dann zu der Patrouille. Das heißt, den. Ich überlege, ob ich den zuerst ausknocken sollte. Und bei theoretisch kann ich ihn auch fertig machen, weil der Radius von dem links hinten geht nicht zu weit. Und die machen ihre Patrouille hintereinander. Okay, das heißt, sobald die beiden weg sind, kann ich eigentlich loslegen. Und Magie passieren lassen. Kuh. Komm, drück richtig. Oh, das wird knapp. Okay, passt. Passt, 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 passt. Und hoffentlich vermisst er seine Kollegen nicht. Und sagt, hey, Freddy war doch da gerade noch eben. Wo ist Freddy hin? Freddy ist weg. Auch bei Desperados richtig gut gemacht, dass die auch teilweise dann, wenn sie gerade mit im Gespräch sind und der eine wird dann umgebracht, dass dem das dann komisch vorkommt, seinen Kollegen, dass er denen suchen geht, dass man halt dann auch wirklich aufpassen muss, dass man hinter sich zusammengeräumt hat. Nicht, dass es passiert, dass, ähm, wie man sich es vorstellen kann, dass dann plötzlich der suchen geht und hinter uns sind zehn Leichen, die er dann alle auf einmal findet. Okay, das heißt, du läufst hier deiner Patrouille, alles klar. Dann läufst du nach. Und ich werde mich einfach versuchen, hier durchzusneaken, sobald du vorbei bist. Kann ich jetzt eigentlich schon machen. Ich hau mich da hinten hin. Abseits von eurem Sichtradius. Ich speichere das Ganze auch nochmal. Ach, Moment, Moment. Anfängerfehler Nummer eins. Man sollte nie zwei Saves hintereinander machen auf dem selben Saveslot. Okay, wo war jetzt genau das Problem? Dass du mich schon gesehen hast. Okay. Gut, ich warte vielleicht erstmal generell ab, bis die Soldaten da vorbeigezogen sind. Bevor ich dann dich attackiere. Oh. Ich könnte die Fässer auch umschmeißen. Nur mal Interesse halber, was passiert da? Hä? Aha. Dinge passieren. Okay. Na gut. Also, offenbar sind die nur zur Deckung, auch wenn sich da das Symbol verändert hat. Aber vielleicht brauchen wir auch den Stärkeren, dass der die Fässer umschmeißt. Vielleicht hat sie einfach nicht die Kraft dazu, um das zu tun. Durchaus möglich. So. Also, Kollege. Du verziehst dich mal. Dann kommt da ein zweiter Kollege hinter dir. Da wäre cool, wenn er dasselbe macht. Und dann drücke ich auf W, ne? Okay. Es wird doch kein Easy-Door-Run. Alles klar. Na gut. Ich muss euch ja auch mal zeigen, dass es eigentlich schwer ist und dass ich da mega deliver, dass es gar nicht so easy ist. So. Wieso? Wieso hast du mich gesehen? Drück doch. Oh. 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 Oh Wie gesagt ich speichere unter einem anderen Slot, hallo? Hat er es gespeichert? Die hat er keinen Bock das zu speichern gerade? Ist das ein Fail? Ja. Nein, ich will es nicht löschen. Ich kann es gerade nicht speichern. Okay. Schlecht. Muss ich das Spiel mal laden eben. Okay. Okay, da bin ich wieder. Das hat gut funktioniert. Also ich habe jetzt das Spiel halt killen müssen über einen Task Manager. Aber das hat funktioniert und jetzt bin ich auf Continue gegangen und komme wieder rein. Das heißt, die machen jetzt mal hier ihre Route. Route wird berechnet. Ich sneaker mich ran. Sneaker mich ran. Ja, neben den Kollegen. Ah, Level Begrenzung, Level Begrenzung. Das ist schlecht. Eieieiei. Okay. Gut. Alles easy. Schmeiß den da weg. Das ist ja blöd, dass ich den nicht über Watch schmeißen kann. Eieieiei. Eieieiei. Ich speichere das Ganze nochmal. Und ich sollte den zweiten zuerst ausschalten. Wo mache ich das am besten? Vielleicht wirklich da. Wenn es schon diese Fässer gibt, ist das vielleicht keine schlechte Idee. Ach, bleib hier. Bleib hier. Warte. Warte auf mich. Moment. Moment. Bleib genau hier. Danke. Wer verfolgt denn immer. Ah, die ganze Map. Das war schlecht. Das war schlecht. Da ist ja noch einer. Au. Okay. Alles klar. Da steckt doch mal ein Messer drinnen in dem Kollegen. Kann das sein? So. Gib mir mein Messer wieder. Allerhand. Klaut einfach so mein Messer. Okay. Das heißt, du läufst hier entlang. Dann gehst du da vorbei. Also an sich war das schon eine Idee, ne? Wie ich mit dem Vogel in der Hand laufe. Oh Gott. Nimm das, du Schiff. Jetzt werde ich zu greedy. Kann ich nichts machen mit dem. Ich meine, ich würde es gerne austesten. Ich kann ja mal meinen Kollegen holen. Vielleicht schafft es der, dass der hier interagiert und die Fässer irgendwie da drauf schmeißt auf die Kollegen. Das wäre natürlich nice, wenn das geht. Langsam mit den wilden Pferden. Wo ist mein anderer Kollege? Achso. Steht daneben. Okay. Speichern. Oh nein. Das ist schon wieder der Safe Bug. Mann. Ich sehe gerade, er speichert das Ganze dann übrigens auch immer. Aber er hat dann keinen Bock aus dem Menü wieder raus zu gehen. Das ist ja mal interessant. Okay. Also Kollege Nummer zwei. Latsch mal da her. Bin ich gespannt, ob du irgendwas anstellen kannst damit. Nö. Ja doch. 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 Okay. Was machst denn du eigentlich, Kollege? Du attackierst mit deinem Stick. Place W and click on the map to play on the drums. Okay. Dann kommen die näher. Und eine Flasche werfen. Das ist auch so der Klassiker, sag ich mal. Auf den Drums spielen ist natürlich interessant. Könnte man mal eben machen. Versuch das mal hier. Es war schlecht, weil. Ja, weil es schlecht war. Es war schlecht, weil. Ja, weil es schlecht war. Dass ich da nicht durchkomme, das ist ja mal ärgerlich. Ich fühle mich gerade ein bisschen unfähig. So, ich will jetzt wissen, was die Drums machen. Spiel einfach hier auf deinen dummen Drums. Los. Mach doch. Er hat keinen Bock auf den Drums zu spielen. Naja, dann halt nicht. Dann gib uns halt kein musikalisches Meisterwerk von dir. Schon recht. Erst zu groß kotze ich hier an Preisen mit Drums und dann alles nur Schall und Rauch. Ich merke schon, ja, ja, Kollege. Kuhl-Liege. 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 Das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. Da steht irgendwer. Ja, da steht wer. Da hatte ich einfach den falschen Skill ausgewählt. Upsi. Ha-huch. Oh ja. Danke. Na komm. Gib Stoff. Passt. Leg hin. Da ist er. Okay. Passt. 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 Alles cool. Alles easy. We got this. Safe bug. Es wird ja lustig das ganze dann zusammen zu stückeln. Da freue ich mich jetzt schon mega nicht. Also komm her Kollege. Du willst es doch auch. Ich halte mein Messer hoch. In freudiger Erwartung auf deinen entzückenden Rücken. Tschüss. Hä? Ok. So ganz check ich es nicht was da jetzt passiert ist. Das ist verbuggt? Genau. Ich nehme sie ja auf mit SRG. Das heißt wenn ich den Kadaver hier jetzt aufnehme. Dann triggert er immer auf das andere hier. Ähm. Wo hast denn du deinen Sweetspot für den Kadaver? Also gut möglich dass der jetzt einfach weg ist. Weil es sieht so aus als hätte er über Bord geschmissen ins Wasser. Er liegt aber noch da. Also man sieht die Leiche noch. Vielleicht ist es aber einfach ein Fehler. Und die ist eh unterhalb. Ist jetzt nicht ganz so geil. Weil wenn irgendjemand suchen geht. Könnte es sein dass er den hier findet. Den Kadaver. Aber. Naja. Okay. Ist halt so. Na. Gut. Jetzt haben wir noch dich Kollegen. Und den anderen den ich vorher nicht entdeckt habe. Da ist er. Du siehst ihn nicht. Ja das ist ja perfekt eigentlich. Das ist ja ausgezeichnet. Dann geh mal drauf bitte Herr Kollege. Wenn dich eh keiner vermisst. Ist das ja super geil. Dann brauchen wir ja nur noch den letzten fertig machen. Ich versuch es nochmal zu speichern. Ja. Jetzt könnte ich entweder außen rum laufen. und ihn von hinten killen. Oder ich mach das mit dem Vogel nochmal. So. Dann kann ich da rüber schicken. Und dann kill ich ihn. Und dann sollte man das geschafft haben. Da durch sein oder? Ja echt ein bisschen schade. Ich kann die offenbar nicht über Bord schmeißen. Die Dudes. Na gut. Legg gleich mal da her. Schmeiß hin. Nummer 2 kommt bitte auch mal mit. Bin mir nicht sicher ob ich da noch irgendwo hin muss. Ob ich noch irgendwas machen muss. Aber. Ich denke mal. Dass es da noch irgendwen gibt. Okay. Muss ich einfach entkommen. Irgendwohin. Äh. Ich speichere das ganze nochmal. Jetzt wo wir alle gekillt haben. Und dann latsche ich da einfach mal durch. Vielleicht reicht es ja wenn ich da in die Richtung gehe. Ah. Das ist zu. Komme ich auch nicht hin. Ja. Da ist ja noch jemand. Upsi. Da geht es ja noch weiter. Da ist ja noch was. Das ist ja noch ein riesen Areal hier. Komme ich da irgendwie anders da auch hin? Nicht ne. Schade. Was ich nämlich echt. Was ich immer so geil finde. Ist wenn man von zwei Seiten in ein Level reinkommt. So meine Lieblingsmechanik irgendwie. Und dann so von beiden Seiten versucht. Äh. Magie zu vollführen. Okay. Was tun. Fragte Zeus. Mhm. Grundlich. denen das völlig egal ist. Ich würde gerne mein Messer nochmal aufheben. So ist es ja nicht. Okay, boah. Okay. Ich hoffe, ihr hört es die Gartenarbeiter draus. Nicht so krass. Die haben gerade die Idee gefühlt am Beton mit dem Rechen zu agieren, was sehr clever ist und gar keine Störgeräusche verursacht. Und wenn es zu nervig ist, mache ich das Fenster zu. So, speichern. Wir riskieren es wieder. Okay. Das hat funktioniert. Alles klar. Also. Ich mache das Fenster zu. So, da bin ich wieder. So, jetzt will ich gerne mal wissen, was der Zweite da macht. Was dem seine tolle Spezialfähigkeit hier ist. Mit dem Drums. Also W. Und dann klickt er auf die Map und dann spielt er. Sieht mir nach einer Flöte aus, oder? Okay. Das hat er rausgeholt. Er hat was Kleines rausgeholt und drauf gespielt. Frauen weggucken. Okay. Das ist aber auch noch nicht vom Sound her finalisiert. Das heißt, wir hören da nichts, was er macht. Müsste man auch nochmal überarbeiten. Let's click on the map to play the drum. It will attract. Mit Doppel T nochmal. Enemy's attention by making noise and curse them so they can't hear and see doing the curse. Doing the curse. Ist ja mal süß. Okay. Das heißt, wir können die irgendwie attracten. Ich wüsste die Frage, ob das überhaupt schon funktioniert. Und ob das in dem Fall hier funktioniert. Wäre vielleicht clever, wenn man uns denkt, wo wir dahinter hinstellen könnten. Wie da zum Beispiel die Fässer, die wir da hinten hatten. Und dann herumklappen. Vielleicht funktioniert das. Aber im Sichtfeld würde ich mal eher chippen, dass das nicht geht. Er kann auch eine Flasche werfen. Dann legt er sie hin. Dann muss er sie wieder aufnehmen. Aber an sich eine Idee. So. Na gut. Dein Sichtfeld ist relativ weit. Okay. Boah. Er sieht mich nicht. Aber gerade so. Schmeiß doch deine dumme Flasche, Kollege. Was bringt es dir denn mit der Flasche rumzulaufen wie so eine Assassine, den du auch einen Stick hast. Anyway. Okay. Der Kollege, lassen wir da. Der scheint irgendwie nicht ganz mit seinem Leben klar zu kommen. Da komme ich auch nicht vorbei. Bye. Bis bald. Ja, 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 das funktioniert gut. Da kann ich durchklippen, das ist auch sehr gut. Und jetzt kann ich den versuchen von hinten auszuschalten. Speichern auf jeden Fall. Speicherpack. Ich zeige euch das mal eben, wie ich das mache. Also wir gehen raus. Ich kille den Fregatto-Task. Dann gehe ich wieder auf Spielen. Das ist tatsächlich ein nerviger Bug, muss ich sagen. Da das doch häufiger passiert. Bei jedem dritten oder vierten Mal Speichern. Und so eine Art von Stealth-Spiel muss man halt öfter speichern. Außer mal ist da der Stealth-Gott. Und hat da schon mega die Erfahrung damit. Aber ansonsten... Wie willst du das sonst anders machen? Okay, dann machen wir wieder weg. Jetzt zeige ich euch wieder das Spiel. Achso, jetzt hat er... Ja, gut. Jetzt. Jetzt haben wir es dann, ne? Komm, 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 komm. Und schmeiß ihn da her. Alter, guckt eh keiner. Würde ich mal tippen. Ja, passt. Ja, passt. Sein Sichtradius ist relativ weit. Der geht bis da nach ganz hinten. Also zumindest dieser erweiterte. Vielleicht ist das der Höherradius. Und aus der Vorder-Sichtradius. Weiß man nicht. Kann man sich nur irgendwie erschließen, nachdem es ja kein Tutorial gibt. Kann man nur irgendwie das mal mutmaßen. Das war fast gut. Ausbaufähig, sage ich mal. Okay, Kollege. Du läufst bis hierher. Das heißt, da kann ich mich herstellen. Okay. All righty then. Nimm auf. Das ist immer das aller befriedigste Gefühl, wenn nur noch ein Gegner auf der Map über ist. Wenn man sich da in aller Ruhe Zeit nehmen kann, um den aus dem Leben zu nehmen. So, wenn es niemanden mehr gibt, der da sonst noch herum sneakt und wenn man sich nur um diesen einen Sichtkegel dann noch bemühen muss. Das ist, das ist schön. Das ist dieser Moment, wo man sich dann denkt. Yes. Level bestanden. Oder Abschnitt bestanden. Level haben wir ja noch nicht bestanden. Da kommen noch Dudes. Wir haben noch. Wie viele? Vier sehe ich aktuell mal. Sind es diese vier? Sind offenbar diese vier. Und den zweiten Trommler lasse ich mal kurz zurück. Wie sagt der Hater, Steine aber manche müssen zurückgelassen werden. Also du wärst ja eigentlich vielleicht anfällig für meinen guten alten Vogeltrick. Hast du Bock da drauf? Darf ich dir mein Vöglein zeigen? Ist eben relativ Latte. Ist jetzt nicht so der Vogelfreund offenbar. Du nervst mich dann, Besel. Komm ich da durch? Oha, da komm ich sogar mal durch. Das ist ja mal cool. Dann kann ich ja das Feld von hinten aufzäumen. Das mag ich ja am allerliebsten. Wenn ich erst so außen rumspazieren kann. Das ist immer das allergeilste eigentlich. Also mit natürlich den letzten Dude auf der Map killen. Das macht auch immer Spaß. Aber das hier mag ich auch super gerne. Okay. wenn man schön langsam von hinten alles aufzäumen kann. Du kannst gerne dein Messer nehmen und die Leiche. Danke. Ja. Ja. Schilder an der Basis. Boah, da hat es nicht gesehen. Da hat er aber auch nicht genau hingeschaut, oder? Das war doch genau in seinem Sichtradius. Puh. So. Also dann. Wie lang latscht du? Hierher theoretisch könnte es hierher ganz gut funktionieren. Ich speichere nochmal. Jetzt wird der Bug wieder auftreten wahrscheinlich. Oh, es geht sogar noch. Es geht sogar noch weh. Wie es ihm einfach egal ist. Wie es ihm einfach egal ist. Der guckt seine Kollegen an, der da tot mit dem Messer im Rücken liegt. Und denkt sich, ja, das war eh ein Idiot. Oh Mann. Okay. Okay. Alles klar. Habe ich noch ein Messer? Ja dann. Tada. Cool. Ist ja praktisch, dass wir zwei Messer haben. Was fallen? Ja. Ja. Speichern wir das Ganze nochmal. Ja und jetzt frage ich mich, was nun hierher? Ist das der Safe Spot? Da wo es glitzert? vielleicht muss der zweite auch noch daher. Ja. Vielleicht muss der zweite auch noch daher. geht es da noch weiter? Ja. 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 Ja, ich denke das machen. So, kann ich jetzt die Drum spielen da? Steht das für hol uns hier raus? Ja, ist halt ein bisschen schade, wenn man eigentlich keine Infos hat, wo es lang geht. Keine Missionsabschluss Queen oder irgend sowas. weder weiß, wo man hin muss, noch weiß, was jetzt als nächstes ansteht. Sonst kann ich es nur einfach bewenden lassen und kann sagen, ja, wir haben es geschafft. Das Level ist erledigt. Komme ich da hin? Ich glaube, da komme ich eben nicht hin. Hm. Man wird, glaube ich, eh zeittechnisch schon hinkommen. Könnten das dann eh zeittechnisch schon bewenden lassen. Aber schade halt, ne? Hätte gerne so einen Winning Screen gesehen und dann nochmal eine Statistik, wie geil ich eigentlich war. Das wäre schon noch ganz cool gewesen, wenn es das noch gäbe. Muss ich am Anfang vielleicht zurücklaufen zum Startlevel? Das wäre aber ein bisschen unbefriedigend, wenn man das jedes Mal machen müsste. Dass man dann den Weg wieder zurückfindet. Fände ich jetzt auch nicht so pralle. Ja. Nun. Nun denn. Das war's. Offenbar. Okay, ja gut. Das war mal ein Level von Fregato. Das ist übrigens auch nicht die diese da gibt es oft so Preview-Version oder so Demo-Version oder so. Nein, das ist schon das volle Spiel eigentlich. Da habe ich das volle Spiel zur Verfügung gestellt bekommen. Aber vielleicht sind sie einfach noch nicht weiter und müssen das erst nach und nach implementieren. Das kann ja durchaus sein. Okay, liebe Leute. Dann werde ich mal den Screen wechseln. Wir sind ja hier durch. Du kannst noch mal deine tollen Drums spielen. Der zweite kann sich ja hier auch noch in die Kamera lächeln und dann ändere ich mal eben die Szene. Genau. Ja und dann lassen wir es bewenden dabei. Dann würde ich sagen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Zu zu einem Reingucken in Frigato gibt es dann bald auf Steam. Vielen Dank für den Key der mir zur Verfügung gestellt wurde. Meine Benotung ist jetzt noch ein bisschen schwer nachdem das ja noch keine volle Version ist. Tue ich mir da ein bisschen schwer das dann auch zu benoten. Da fällt jetzt die Benotung eher ein bisschen strenger aus würde ich mal sagen. Aktuell würde ich vielleicht so sechs Punkte geben oder so. So fünfeinhalb bis sechs. Ja vielleicht eher fünfeinhalb erstmal und dann einfach noch gucken was noch kommt. Ich fand den zweiten Charakter den man da hat noch ein bisschen unnötig. Man hätte es auch gut ohne den zweiten Charakter geschafft. Ich weiß nicht recht warum der da in der ersten Mission schon dabei war. Vor allem weil er noch nicht wirklich funktioniert meiner Meinung nach aber vielleicht habe ich da auch was übersehen. Ich finde es den Speicherpack finde ich natürlich super nervig. Es sind noch Übersetzungsfehler drinnen ab und zu so Clippingfehler wie zum Beispiel wenn man Leichen wegschmeißt oder wenn man da nicht in irgendeinen Spalt reinkommt wo man eigentlich hinlaufen sollte können und halt dass es am Ende keinen Endscreen gibt. Also gerne in die Kommentare ob ihr das auch schon gespielt habt oder ob ich denke dass ich einfach übersehen habe. Ja und bis auf das finde ich es mal ganz cool. Ich mag so eine Art von Spiel im aller Hitman oder aller Desperados und das ist natürlich auch meine finale Empfehlung. Solange bis Fregato erhältlich ist müssen wir da mal wissen wie der Preis ist und wann es dann wirklich final rauskommt könnt ihr ja mal reinschauen in zum Beispiel Desperados 3 oder die Hitman Reihe mal schauen vielleicht bringe ich auch noch was davon auf den Kanal je nachdem vielleicht ist das ja gefällt euch das ja ganz gut diese Art von Spiel und dann kann ich da euch ja noch was zeigen eventuell bei Hitman oder bei Desperados alles gleich jetzt bin ich wirklich raus sage ich vielen Dank fürs Zuschauen danke fürs mit dabei sein bei diesen weiterspielen schreibt es mal gerne in die Kommentare wie es euch gefallen hat und welche Benotung ihr dem Spiel gibt ich bin raus sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal zu weiterspielen dem Format in dem ich euch und mich frage ob ich diese weiterspielen soll bis zum nächsten Mal ciao